Hi Herr Schnitzel! Willkommen bei Freitags mit der Zwiegel! Ja, und... Ja, was soll ich sonst sagen, äh... Es ist wieder Freitag! Ja! Wie schnell die Woche vergeht! Und jetzt, ähm... Bedanke ich mich für alles, dass ihr... Versuche nicht zu machen 3! Teil 3! Das war der Hammer! Dankeschön Leute! 224 Aufrufe, oder? Warte mal... 262 Aufrufe ist der Hammer! Ist das geil! Schaut mal! Da... 262 Aufrufe... Er nimmt das jetzt grad nicht an, warte mal... Da! Ist das geil! Das ist der Hammer! Dankeschön Leute! Also ich... Ich bedanke mich! Und in... Wenn ich das da hochgeladen hab, dann ist... Dann hab ich 197 Videos! 3 noch! Und dann... Kommt schon wieder ins Special! Unter 250 kommt wieder ins Special! Unter 300 kommt wieder ins Special! Das ist der Hammer! Ja! Also wenn ihr nicht seid, dann... Tue ich das mal absehen! Wer weiß! Also wenn ihr mir... Mehr Abus gebt... Geben wollt! Ihr müsst ja nicht, aber... Vielleicht mach ich dann... Breitere Special! Wie zum Beispiel... Das hier abmachen... Wer weiß! Ich weiß es ja nicht! Also... Es kann alles passieren! Es kann... Alles passieren! Das ist mein schöner Schal! Hab ich bei New Yorker gekauft! Was heute wahrscheinlich noch rauskommt! Also ich... Machen natürlich in der LP! Dann mach ich ein Vlog! Im zweiten! Mach ich ein Vlog! Wo ich Leute verarsche! Wahrscheinlich! Ich weiß es nicht! Also... Kommt drauf an, wie ich drauf bin! Und... Ja! Genau! Gut! Ähm... Ähm... Hallo! Ja! Quatsch ist... Der... Beat of Game! Beat of Game! Ja! War öfters in meinen Need for Speed Videos! Und... Ähm... Er wird euch was sagen! Danke für die 272 Aufrufe! Ähm... Ich danke euch so! Herzlichen Dank! Dass ihr euch freut und mich so unterstützt! Ja... Das war's eigentlich von mir! Ab zum nächsten Thema! Und zwar über Need for Speed! Ja! Ähm... Need for Speed hat sich eigentlich... Ist ein bisschen langweiliger geworden! Find ich! Also... Nicht schlechtes! Also... Natürlich mach ich wieder Let's Plays über Need for Speed! Ist doch klar! Außer ihr wollt nicht! Aber ich glaub schon, dass ich... Dass ihr wollt! Dass ich LPs mache von Need for Speed! Weil das einfach schön ist! Wie wir so rumfliegen! So komisch! Und dann... Auf die Fresse fallen! Und wie wir gleichzeitig... Abspringen! Ach! Es ist egal! Naja! Also... Ich wollte mich einfach nur bedanken! Moment mal! Ich schau jetzt erstmal wie viel Aufrufe wir haben! Wir haben... Bei den... Also insgesamt haben wir bei den... Need for Speed... Videos... Ähm... Moment... Ich muss kurz... Ah! Das war der Fallschirm! So! So! Ein bisschen nach vorne! Ich bin ja in der Perfekt-Milko-Stahl! So! Ähm... Warte! 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 Also! Der erste Part von... Let's Make Shit and Stuff by... Need for Speed... 21 Aufrufe! Dankeschön! Dann beim zweiten 3... 24 Aufrufe! Dritten... 20... Vierten... 21... Fünfter... Ist ein bisschen... Mangelhaft! 5 Aufrufe! 6 sind 4 Aufrufe! 7 sind 6 Aufrufe! 8 ist schon ein bisschen besser! 11 Aufrufe! 9... Der... Letzte Part! Ich werde es ja noch neu... Andere machen! Aber... Der letzte Part war auch nicht gut... Abgemacht worden! Also... Ich hab das nicht... 17 Aufrufe! Und... Ich... Ja... Ich bedanke mich für die... Wunderschönen Aufrufe! Auch wenn's auch 5 waren! Also ich meine... Das ist ne Menge Holz! Dass wir insgesamt... Viele Aufrufe haben! Also insgesamt haben wir schon irgendwas mit... Ich weiß es nicht! Ich hab noch nicht am Computer geschaut! Aber... Unten in der Beschreibung könnt ihr schauen, wieviel Video Aufrufe wir... Insgesamt haben! Gut... Äh... Was wollte ich noch sagen? Englisch ist leicht! Ich hab ein 3! Bitch! Ja... Ja... Okay... Ähm... Ahja... Bei den... Verarschungen! Was... Heute vielleicht rauskommen wird... Ich werde es nicht mit der Maske... Sondern mit der anderen... Schauermaske... Die werde ich anziehen... Und dann... So... Rumschlendern... Hey... Mir gusta! Bip! Ja okay... Also... Ich... Ich... Würde sagen... Dankeschön fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Morgen kommt wahrscheinlich ein IP raus! Heute natürlich auch! Und... Dann haben wir insgesamt 200... JUS! Und unsere Abonnentenzahl hat uns auch verbessert! 37 Abonnenten! Dankeschön! Insgesamt haben wir... D... D... Mathe ist schwer! Gimaona Gimaona! Wir haben 60 Abonnenten insgesamt! Und wenn wir die 100 schaffen... Gibt es natürlich noch ein Special! Jupp! Also... Wie auch gesagt... Dankeschön fürs Zuschauen! Dankeschön fürs Zuschauen! Und... Bis zum nächsten Mal! Oh mein Gott! Wo ist der hin? Ahhhh! Waaaaaah! Da bin ich wieder! Ja okay! Gut! Bis zum nächsten Mal! Bye! Bye! Bis zum nächsten Mal.